Hallo liebe Jägerinnen, hallo Jäger, ich bin's Carsten von JagdTotal. Schnäppchenjäger aufgepasst! Zur bevorstehenden Jagd-und-Hundmesse in Dortmund habe ich heute etwas wirklich, wirklich Besonderes für euch. Wenn ihr eines der hochwertigen Zielfernrohr von DD Optics kauft, erhaltet ihr nicht nur ein erstklassiges Zielfernrohr, sondern auch ein hochwertiges Ergo 8x56 Fernglas im Wert von 385 Euro völlig gratis dazu. Ein unschlagbares Angebot, das ihr nicht verpassen solltet. Profitieren könnt ihr von dieser tollen Aktion direkt auf dem Messestand von DD Optics im Handel oder ganz bequem im Online-Shop von JagdTotal. Ideal für alle, die nicht zur Messe kommen können. Und jetzt zum absoluten Highlight. Wir veranstalten zur Messe eine exklusive Verlosung. Jeder Käufer eines Zielfernrohrs von DD Optics ist automatisch dabei. Vorausgesetzt, ihr gebt euer Einverständnis zur Teilnahme. Ihr erhaltet das Ergo-Fernglas nicht nur geschenkt, sondern habt auch die Chance, an unserer grandiosen Verlosung teilzunehmen. Und um teilzunehmen, müsst ihr online nur eure Zustimmung zur Teilnahme geben. Was ganz einfach über den speziellen Link geht, den ihr hier in der Videobeschreibung findet. Ja, die Preise. Einfach spektakulär. Wir verlosen unter anderem ein erstklassiges Jagdgewehr im Wert von 3.018 Euro. Ein Zielfernrohr von DD Optics. Ein 2,5 bis 15 mal 56 NFX inklusive iFiber im Wert von 1.397 Euro. Ein Hubertus Loden Wetterfleck. Ich kenne das noch unter dem Begriff Lodenkotze im Wert von 519 Euro. Ein Premium Lodenfutteral von Hubertus Loden im Wert von 199 Euro. Eine Hundedecke von Strauchdieb. Und ein Gewehrgurt von Nigelo. Ja, und für alle, die kein Zielfernrohr kaufen, ihr könnt natürlich auch teilnehmen. Alle Details, wie gesagt, dazu findet ihr in der Beschreibung und auf dem Link, den ihr anklicken müsst, in der Videobeschreibung. Nutzt diese großartige Chance zur Jagd-und-Hundmesse in Dortmund. Sichert euch euer Zielfernrohr und das kostenlose Fernglas und nehmt an unserer Verlosung teil. Unabhängig davon, ob ihr etwas kauft oder nicht. Ich freue mich darauf, einige von euch auf der Messe zu sehen. Und bis dahin Weidmannsheil und viel Erfolg bei der Schnäppchenjagd. Und bis dahin Weidmannsheil und viel Erfolg bei der Schnäppchenjagd.